In diesem Video geht es um die Arbeitslosigkeit nach dem Ersten Weltkrieg. Ich erkläre dir, was das ist und welche Auswirkungen das auf die Geschichte hatte. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde 1919 der Versailler Vertrag unterzeichnet. Deutschland musste Gebiete abgeben und hohe Reparationszahlungen leisten. Dies führte zu einer angespannten Wirtschaftslage und ließ die Arbeitslosigkeit steigen. Die deutsche Regierung druckte mehr Geld, um die Reparationen zu bezahlen. Das führte zu einer Hyperinflation. Viele Menschen verloren ihre Ersparnisse und die Arbeitslosenzahlen stiegen weiter an. 1924 wurde der Doors-Plan eingeführt, ein amerikanisches Kreditprogramm für Deutschland. Dies stabilisierte zunächst die Wirtschaft und führte zu einer Verringerung der Arbeitslosigkeit. 1929 brach die Weltwirtschaftskrise aus. Die USA zogen ihre Kredite zurück und die deutsche Wirtschaft brach ein. Die Arbeitslosigkeit erreichte Rekordhöhen. Die hohe Arbeitslosigkeit und die wirtschaftliche Unsicherheit führten zu einem Anstieg von Extremismus und politischer Instabilität. Parteien wie die NSDAP nutzten die Situation für ihren Aufstieg. In den USA wurde 1933 der New Deal eingeführt, ein Programm zur Wirtschaftsförderung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Deutschland hatte zu diesem Zeitpunkt keine vergleichbare Lösung. Nach der Machtübernahme der NSDAP 1933 gab es Bemühungen zur Autarkie und militärischen Aufrüstung. Dies schuf kurzfristig Arbeitsplätze und reduzierte die Arbeitslosigkeit. 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Die Kriegswirtschaft erforderte viele Arbeiter, wodurch die Arbeitslosigkeit zunächst sank. Aber der Krieg hatte langfristig verheerende Auswirkungen. Während und nach dem Ersten Weltkrieg veränderte sich die Rolle der Frauen. Sie traten vermehrt in die Arbeitswelt ein, waren aber auch stark von der Arbeitslosigkeit betroffen. In diesem Video geht es um das 14 Punkte Programm Wilsons. Ich erkläre dir, was das ist und welche Auswirkungen das auf die Geschichte hatte. Ziel dieses Programms war es, nach dem Ersten Weltkrieg für Frieden und Stabilität in Europa und der Welt zu sorgen. Wilson wollte mit diesem Programm zeigen, dass der Krieg nicht aus imperialistischen Motiven geführt wurde, sondern um eine neue Weltordnung zu schaffen.